Einmal mehr. Herzlich Willkommen bei Kuhnmann LP. Horizon Zero Dawn. Ja, ich denke mir die nächsten Tage. Ah, noch? So. Jetzt basteln wir die Pfeile. Ah, schau, hier haben wir zu wenig Draht. Wieder mal zu wenig Draht. Also hier haben wir Durchschlag 30, Durchschlag 67. Ja, also wenn wir das dann irgendwann mal wieder mutieren könnten, oder andere... Was hätten wir denn da? Kann ich das jetzt schon? Also mutieren, was redet jetzt der wieder für komisches Zeug? Also schau jetzt mal. Wir haben ja ausgerüstet... Da da da. Haben wir da vielleicht schon wieder etwas gefunden, was wir einsetzen könnten? Ja, ist nicht schlecht. Und jetzt... 95. Sehr cool. Das heisst... Mit dem sind wir jetzt doch ein wenig stärker unterwegs. Gegen auch Rüstung, ja? Ja, ja, das kommt gut. Also, jetzt haben wir da gesagt, es hat so ein Ding namens... Langhorn... Langhals... wieder näher... Ja, die nehmen wir... Das ist kompliziert, weißt du? Also, wo ist das genau gewesen? Muss ich jetzt so alles wieder runterklettern, oder kann ich da echt... Ah, schau. Gut. Was sind das? Was sind das? Alles Läufer. Hmmmm... Leider ist es gerade nicht so interessant, ich hätte viel lieber so Grasor oder irgendetwas mit so 4-5 Floh-Tanks auf dem Rücken. Könnte man sicher nützlicher brauchen. Aber von dem her gesehen... Ähm... ...durren müssen wir ja gleich irgendwie. Vielleicht kommen wir rundherum, weil irgendwie, ich habe keine Lust, dass wir jetzt schon wieder kämpfen gegen Rüstung. Ich will da lieber... so einen Langhals besteigen. So... Total die falsche Richtung, denkst du jetzt sicher. Aber... ich mache es extra. Weil ich habe das Gefühl, wo ein Langhals ist, da sind sicher auch noch Kollegen von einem... Wie zum Beispiel... das hier der... Körper... Elektro... Konkussionsbeutel... Also mit dem... müssen wir... Ich muss den Kampf gewinnen! Ich muss den Kampf gewinnen! So... Komm! Oh, da hat er noch ein Kollege geöffnet! So... Komm! 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 So... Da war ja schon knapp! Ja? So... Komm! 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 Warte mal, zack 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 Gott, ich mit dem falschen Knopf Gott, ich mit dem falschen Knopf So Sammeln wir mal ein Warte, trinken Ja, da sehen wir mal, wenn es dann um mich rum still wird, dann ist es wahrscheinlich sehr sehr spannend So Hat es jetzt doch auch noch etwas gegeben Mehr kann ich nicht tragen Gut, dann würde ich sagen, hüpfen wir hier mal rauf So, fertig jetzt Was ist das Taxi für Wildschiff Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können So Und hier hat es gerade keine rum mehr Also ich sehe mal keine Und da kommt unser Ziel Ist das Taxi? Und Ja, wenn ich das richtig gezählt habe Nummer 3 auf der Liste Okay Jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch Wow Wow So So weit wären wir doch schon mal So So Schauen wir uns an Geniessen wir den Augenblick Und gucken Was wir bekommen Sehr cool Sehr, sehr cool Also Somit haben wir da Ein grosses Wow Das Riesenteil haben wir aufgedeckt Sehst du das? Bam, 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 bam Heftig Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht Und einfach, dass ihr mal wisst, wie gross das Spiel ist Das ist 34,65% Vollschritt Also Wir haben noch viel zu tun Jetzt Ich muss eben hier in der Nähe Sehr gut Sehr gut Also mal sicher ein Lager 5, das wir empfangen müssen Oder 2 sogar Dann verdorbene Zone, Stufe 23 Wir sind Stufe 24 Oh 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 6, 6 Punkte Wie krass ist das? Aha Also Schauen wir mal Den haben wir gehabt Und was ist denn das? Ich finde halt Ich finde halt Das ist nicht schlecht Das ist nicht schlecht Ja, das mache ich sowieso nie Vergiss es Konzentration Wäre auch cool Von dem her Jetzt haben wir hier immer noch Den, den wir nehmen Was ist denn das? Das ist natürlich auch geil Jetzt haben wir auch schon mehr Munition her Okay Den finde ich fast am praktischsten Ja, und mehr sehen wir noch hin Aber Wenn wir da schon in der Ruhe sind Etwas möchte ich dann schon nochmal machen Die Schockfallene könnte man sicher mal ein bisschen mehr verwenden Gesundheitstrank Ah, das ist natürlich cool Feuerwiderstandstrank Also es ist nur Feuer Gut Gutes Wissen Können wir hier mal das Inventar ein bisschen brauchen, oder? Also hier vorne vor allem Da Also Eiswiderstand, das wäre dementsprechend Für Vögelangriff, ja? Sehr cool Können wir ausprobieren Okay Und Stärkungstrank Das ist es Das ist sehr cool Und Stärkungstrank Tragikapazität Wie ist denn das da? Das können wir nicht machen Auch nicht Gut Also müssen wir mal ein bisschen auf Tierenjagden So wie es aussieht, ja? Gut, also sorry Ab und zu müssen wir mal ein bisschen schauen, wo man steckt So 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 So, ich will kreiten mit dem Malufel Einfach warum es kommt Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ja und jetzt? Was haben wir gesagt? Das Feuer da Und dann das Feuer Und dann Vielleicht dahinter mal ein bisschen aufräumen Schau, da hat es noch Säbelzahn Sag jetzt an Wie auch immer Egal Sag doch dem Zeug, wie du willst Gut Und da hätten wir Eine weitere Brautstätte Wenn ich jetzt könnte bis dahin ein bisschen Lohen sammeln Wir können ja mal schauen Was haben wir da? Ich sage es nicht Krass Wir werden nie, nie, nie fertig mit dem Nie Jetzt habe ich immer noch nicht entschieden, woher wir gehen Also das holen wir jetzt mal kurz Oh, 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 oh Oh, jetzt ist mal glücklich nichts passiert Let's just Dann Oh 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 Ah! Wings Oh nein! Oh nein! Wir haben 4 verloren Und nochmal 4, super Das hat sich jetzt auch schon fast gelohnt Oh, nochmal Wieso sind die ohne Tod? Wie cool ist denn das? Also tut mir natürlich leid für die Graser Aber ich finde es gut für mich Ohne die richtige Munition Was ist das? 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 So Wo sind wir da? Was ist das? Das ist ein kleines Gemies Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, normalise So, fertig, lustig Hier, auf Kuhnmann-Helpey Schliesslich haben wir fast keine Stimme Aber eben, es lohnt sich Ich hoffe noch für dich zum Einschalten Und ja, es ist lang, lang her, als ich das letzte Mal gesagt habe Aber warte mal kurz Hashtag Wir wollen 100 sein Und zwar 100 Abonnenten im ersten Jahr Von meinem Channel Und ja, wenn du mich unterstützt Das Ziel zu erreichen Ich verschenke Houdies Für die, die dem 100. hilft Der 100. werden Oder entsprechend Einfach Am 100. Also wenn dir das so passt Was du da siehst Dann erzähl es weiter Und wenn du der 100. bist Oder ja, so 3, 4, 5 Abonnenten bringst Oder 2 ist auch gut 3, komm, einfach ein bisschen Hey, schreib mir unbedingt Wer das ist Und du kriegst einen Pulli Versprochen Sicher Also Jetzt Eines Lagerfeuer haben wir von diesen 2 Perfekt Jetzt gehen wir da einen durch Der müsste unten gerade das nächste sein Was habe ich da für uns? Ah, wieder so ein Scheissvogel, oder? Oh, hoppla Was ist denn sonst rein überhaupt? Ist nicht so ein grau hab ich da Oh nein, der ist ein bisschen grösser, oder? Sturmvogel Aha Dann äh Dann äh Lachen wir doch die Aktivitäten da Ich kann schon mal ein paar Pfeile aufrühren, oder? Kein Problem So, Sturmvogel Alles klar Dann würde ich sagen Lachen wir den Vogel stürmen Und wir stürmen auch Also Aber mehr wie die Hase Und nicht wie der Vogel So Also Jetzt ist das wirklich die Frage Hey Ähm Ist natürlich jetzt blöd Es ist wieder mal nicht live, oder? Und ich kann jetzt nicht sagen Was willst du als nächstes haben? Aber Ich glaube In der nächsten Folge Kann man die verdorbene Zone hier aufräumen? Oder Möchten wir hier runter? Ja, wir können auf dem Weg noch ein bisschen sammeln Ein wenig Kräuter, ein wenig Lohen und so weiter Wie viel haben wir denn jetzt da? Lohen Ah, weißt du was? Jetzt haben wir hier natürlich eine Schatzkiste Gut Cool Nehmen wir alles Metallscheiben auch Jawohl Sprengfallen, cool Ja Ja Ist das gerade schwierig? Draht Nehmen wir auch Ja gut Von dem her Wir sind gar nicht so schlecht vorbereitet Ja Zünder haben wir tonnenweise Lohen 22 Immerhin Lohen Äste Äste brauchen wir? Ei, 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 ei Ich sehe schon Das nimmt keinen Cent Ich muss sammeln Einmal mehr Ja und schon wieder Ist doch eine lässige Folge vorbei Und wir haben einiges geschafft Und Ja Meine Stimme ist jetzt dann auch geschafft Aber Danke für's Einschalten Und Ich hoffe du schaust dann nächstes Mal wieder hin Wenn es heisst Kuhnmann LP Mit dem lässigen Game Namens Horizon Zero Dawn